Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 2 In den letzten Partie erwähnt ich bin jetzt hier und schaue mich jetzt um und schaue ob ich eigentlich hier rauf kann? Nee, nee, nee Ich will die Mönch, die ich gern sammeln Also hier mal kann ich nicht rauf Wie soll ich den Namen darüber bitte? Nee, das geht sich auch nicht rauf wenn ich von hier einen Reitsprung mache Das geht auf jeden Fall zu kurz Hier mal so zum Test dieser Reitgrund geht auf jeden Fall zu kurz Und da ich es nicht weise ich diesen Stern auch irgendwie kriegen könnte Also, hab null Ahnung, wie ich da rüber kommen soll Wer will jetzt als einer den Stern holen und verschwinden Ja, dieser Wildtour ist eben nicht beendet, ich hab keine Ahnung wie da rüber kommen soll Da unten ist eben wach und die Geheimnis-Schufe, die wir die jetzt auch nicht machen Ja, genau Könnt der aber dann schon langsam mal da sein Da ist immer noch kein anderer Ja, ja, dann geh ich halt mal auf So, was war hier oben noch? Hier drinnen die Geheimnis-Schufe, die werde ich auch nicht machen Wie schmierig Das blieb Zwillig Eiskalter Schneemann Der helft gefragt Wie ist es da immer noch gestern? Oh nein, das ist doch nur eine rote Maße Rote Maße sehr clever gemacht das war immer der leichteste Stern von allen oh aber der Bulli ist noch da das ist immer noch einer der leichteren Sterne sie die Lange gleicher Lama-Kampf das ist immer noch gleich lang 3 mal der Gegend 3 mal der Gegend so jetzt kann man mal diesen so ach ja der ist zu viel Kilo so die 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 das der das er ist der draus mit dem Mikro ich will mal sehen und sind so ein gibt es mal sehen was das für ein Stern ist an der Eisbrüche und für der Eisbrüche ja die Kanone kann ich mich hier auf den Punkt Oh Das ist nicht Natürlich So will ich mal ohne Koppel Sehe ich besser aus. Heh, wieder genau das Zeug. Schön. Nein, Plagum! Ah, Mist. So, der Pinguin zu weit weg. Hey, meine Kappe kommt auch wieder. So. Aber ja, alle guten Dinger sind da. Geht doch. Und damit 80 Sterne. Oh, gleich wieder ein. Abkürzung zum See. Oh, die Kappe. Ich schieße die Kappe noch hin. Na, komm rein da. Die Kappe. Ich schieße die Kappe. Ah, sie versuche die Kappe. Oh, ja, bougez. Suggestion. Ach, Mist! Ich habe mich nicht aufgeschaut! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so gut. Oh, hier bin ich. Wie geht denn das? Bin hier irgendwo für komm, ich weiß noch nicht mehr wie. Oh ja, sicher. Ah ja, genau so. Hey, was geht denn hier von Chili? Fun. Sehr fun, ich werde dich nicht mehr he. Bis zum nächsten Mal. Jetzt schna vai bis zum nächsten Mal. So shit. Aber ich kann hier noch sie�장. Pucht ans curvedлена, also kam eine sesame. Sie hat nicht abgeschaltet. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab' die drückte Ecke nirgendwo. Na unten kommt der rote Münch. Ich hab' die mir wohl den Panzer behalten müssen. hübschen sie zumindest Nichts. Nichts. Ich könnte mir doch mal eine Vision um den Feld mit dem Stern ausgerufen. Einfach rein da. Nicht mal umziehen hier rein. Heißt das Spiel einfach nur irgendwo anders. Ich glaube ihr habt gerade eine Rote Münze gesehen. Das heißt von der Rote Münze könnte wohl natürlich auch hier rein. Wie sehe ich das jetzt so rein? Ach so. Hier war normaler Welt. Wow. Hey, ich habe die Berge gefunden. Hier drin war so so Frank. Sehr gut. Video, willkommen. Ja, und was ist denn dieser... Abkürzungen zum See? Hey. Der einzige Stern, der mir noch fehlt, ist auch noch die Rote Münze. Der Stern der normaler ist, dass er nicht hier drin war. Ich habe ihn. 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 Ja, muss ich schon sagen, clever und dass er sich nicht erhört. Aber das ist ja so. Ja, jetzt werden wir die Rote Münze und die Achtung sind. Ja, jetzt werden wir die Rote Münze und die Acherte Münzen machen. Und dass wenn wir dann da jetzt hier dann überall wieder weiterstehen können. Jetzt werden wir das hier dann ja umgehen. die 5 das so schön dann bleibt er nicht oben so